Hi, ich bin Fabian, die neue alte Moderatorin des Morgendenker-Podcasts. Als Mitarbeiterin der Unternehmenskommunikation bin ich noch immer Eure Ansprechpartnerin für den Podcast. In diesem Jahr steigen wir tiefer in die Anwendungsgebiete ein und wir starten mit dem ersten Geschäftsfeld der CIESE Automotive und Mobility. Fahrzeuge sind in den letzten Jahren immer mehr zu Computern auf Rädern geworden und haben sehr viel komplexes Software an Bord. Aber ob diese Software auch immer zuverlässig ist, das wissen wir nicht. Darum entwickelt das CIESE Lösungen für Unternehmen, auf die man sich zu 100% verlassen kann. Genauer erklärt uns das heute Ralf Kalmer. Er ist Leiter Business Development und zuständig für das Geschäftsfeld Automotive und Mobility am Fraunhofer IESE. Hallo Ralf, schön, dass du da bist. Hallo Fabienne. Außerdem freut es mich besonders, heute noch unseren ersten externen Gast begrüßen zu dürfen, Dr. Peter Munk. Er ist tätig im Bereich Dependable Cyberphysical Systems Engineering bei der Robert-Bosch GmbH. Und er wird uns heute aus Unternehmenssicht von der Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IESE berichten und vielleicht sogar, welche Vorteile Bosch davon hat. Hallo Herr Munk, schön, dass Sie da sind. Hallo, schön, dass ich bei Ihnen da ins Auf. Ja, wir beginnen jetzt erstmal mit Ralf. Was sind denn jetzt genau die Software-Herausforderungen der Unternehmen aus den Branchen Automotive und Mobility? Ja, die meisten Innovationen im Auto werden ermöglicht und auch getrieben durch Software und schon in der Vergangenheit haben im Auto Dutzende kleine und große Rechner gearbeitet und dieser Trend setzt sich fort. Und dadurch ergibt sich auch eine immer größere Komplexität in der Software und damit verbunden auch größere Herausforderungen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von dieser Software zu gewährleisten. Und das sind auch nach wie vor die großen Herausforderungen, die die Firmen derzeit bewegen. Und wo begegnet man jetzt genau der Software in diesen Branchen? Ja, das Auto allein ist ja nicht mehr nur das Produkt. Wenn man heute überlegt, wo überall in diesem Kontext findet sich Software, dann gibt es oft schon eine App zum Auto. Es gibt ein Kundenkonto beim Hersteller. Vielleicht hat man noch eine Verbindung mit der Werkstatt oder aber auch mit dem Stromanbieter und um seine Ladesäule bedienen zu können mit dem Elektroauto. Das heißt, Software ist in diesem Ganzen, wir nennen das Ökosystem rund um das Auto präsent. Und dieses digitale Ökosystem rund um die Mobilität ist eins, was dann auch viele bewegt und was auch natürlich diese Komplexität und Sicherheit und Zuverlässigkeit mit umfasst. Und welche Leistung bietet das SIESE jetzt dazu an? Ja, wir haben ja hier am Fraunhofer SIESE ein sehr breites Portfolio an Dingen, die wir rund um die Softwareentwicklung eigentlich über den gesamten Lebenszyklus einer solchen Software mit anbieten können. Natürlich ist auch für uns Anspruch und Ansporn, dass wir, gerade wenn man die Automobilindustrie in Deutschland betrachtet, wo wir schon seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich Autos bauen, das dann in der Zukunft auch noch tun. Und hier bewegen sich insbesondere unsere Forschungsprojekte, die dann in Richtung beispielsweise Sicherheit und Zuverlässigkeit beim hochautomatisierten oder autonomen Fahren drehen. Aber wir arbeiten natürlich auch sehr viel und intensiv im Auftrag von Kooperationspartnern, also beispielsweise von Herstellern oder Zulieferern in der Automobilindustrie als Kooperationspartner. Und das SIESE hat ja gewisse Fokusthemen, auf das sich konzentriert. Also wie sind denn jetzt diese Leistungen genau in den einzelnen Fokusthemen? Ja, also die passen im Prinzip zu den konkreten Herausforderungen, beispielsweise das Thema Komplexität, dem begegnen wir einerseits mit den entsprechenden Verfahren für die Analyse von Anforderungen und den Aufbau dieser Software-Systeme. Ein großer Trend ist dort das sogenannte modellbasierte Entwickeln. Das heißt, man fasst auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen die Software in Modelle und leitet dann systematisch diese Software ab mit dem Ziel, eben jeden Schritt nachvollziehbar und fundiert zu erledigen, sodass man am Ende auch entsprechende Qualitätsgarantien geben kann in Richtung Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit, aber auch Sicherheit. Ja, das, was du jetzt erzählt hast, bezieht sich auf unser Fokusthema Systemmodernisierung. Wie sieht es jetzt denn zum Beispiel bei Dependable AI aus? Ja, das hochautomatisierte oder auch autonome Fahren wird nicht möglich sein, ohne dass man beispielsweise für diese Umweltperzeption des Fahrzeugs, seiner Umgebung auch maschinelles Lernen oder KI-Verfahren einsetzt. Und hier ist es so, dass solche Verfahren eben sehr schwierig abzusichern sind, insbesondere dann auch im Hinblick auf die funktionale Sicherheit. Also wird beispielsweise ein Fußgänger wirklich sicher erkannt? Wird ein Verkehrsschild wirklich sicher erkannt? Und hier möchte man natürlich den gleichen Qualitätsstandard bieten können wie bisher. Und hier haben wir dann dieses Thema charakterisiert durch das Thema verlässliche KI bei uns. Und hier ist insbesondere die Verbindung mit den etablierten Techniken der funktionalen Sicherheit, also Fehlerbaumanalyse, Gefahren- und Risikoanalyse im klassischen Sinne mit verbunden, was wir verbinden mit weiteren Analysemöglichkeiten, aber auch strukturellen Aspekten, wie man beispielsweise architekturensicher aufbaut oder auch mit welchen Verfahren man Unsicherheiten in einer KI bewerten kann. Und das bietet sozusagen das Paket rund um verlässliche KI, also die Sicherheitsanalysen einerseits und die Methodiken dort, aber auch die konstruktiven Aspekte in Richtung Architektur und Methodik zur Bewertung von Unsicherheiten. Okay, dann gibt es noch die beiden Fokusthemen Virtual Engineering bzw. Digitale Zwilling und Digitale Ökosysteme. Kannst du jetzt auch noch in den beiden Fokusthemen die Branche Automotive und Mobility verorten, was wir dazu bieten? Ja, also das Thema digitaler Zwilling ist ja so ein Modewort en vogue, aber natürlich auch ein sehr starkes Konzept, um Komplexität zu beherrschen. Einerseits, dass ich also ein Produkt wie ein Auto, was aus vielen einzelnen Komponenten aufgebaut ist, in seinen Einzelteilen, in digitalen Zwillingen modelliere und dann auch diese Integration dann wiederum simulieren kann. Also diese Simulationsfähigkeit eines Gesamtfahrzeugs in all seinen Aspekten, sowohl der physikalischen Aspekte als auch natürlich. Und das interessiert uns besonders, das Verhalten der Software ist da ein Riesenthema. Wir stehen hier noch am Anfang, sind aber guter Dinge, dass wir gerade eben mit diesem Konzept und den Simulationsfähigkeit, was wir jetzt auf der Einzelebene, Komponentenebene haben, auch mittelfristig diese Vision der Gesamtfahrzeugsimulation mit unterstützen werden können. Also das so kurz zum digitalen Zwilling. Das, was du noch angesprochen hast, digitale Ökosysteme ist natürlich gerade im Hinblick auf die Mobilität wahnsinnig spannend, weil wir ja nicht nur das Fahrzeug haben, sondern wir sprechen ja über Mobilitätsdienstleistung. Das heißt, die Mobilität fängt ja nicht beim Auto an oder hört dort auf, sondern integriert vielleicht auch multimodal andere Verkehrsträger wie den Bus oder die Bahn und hat auch noch in der Leistung unterschiedlicher Anbieter in diesem ganzen Kontext, Versicherungen, Werkstätten oder auch Dienstleister, die jetzt bestimmte Dienste in das Auto mit reinbringen möchten, eine ganz neue Dimension. Auch eine neue Dimension natürlich im Hinblick auf die Komplexität, sowas überhaupt beherrschen zu können. Aber das ist ein sehr spannendes Thema und hier entwickeln wir gemeinsam mit Unternehmen einfach solche Ökosysteme oder bieten ihnen Orientierung. Also wie stelle ich mich dort auf? Wie kann ich mich mit Partnern vernetzen? Und ja, sehr spannend natürlich auch, was sind ganz neue Geschäftsmodelle in diesem Bereich? Und das kann auch sein, dass man natürlich das Auto in der Zukunft nicht mehr besitzen wird, wie bisher, sondern dass man es auch noch in anderen Formen als jetzt Leasing oder Miete nutzen kann, wie jetzt schon Carsharing-Angebote in großen Städten zeigen. Aber ich bin der Überzeugung, dass gerade mit autonomen Fahrzeugen, die ja auch teuer sein werden, die jetzt mehr kosten werden aufgrund der vielen Sensorik und Software, die dort an Bord ist, dass damit sich jeder mal eine Fahrt in einem solchen Auto leisten können wird, da ganz neue Angebote entstehen werden, die wir in wenigen Jahren schon nutzen werden können. Ja, prima. Jetzt hast du alle vier Fokusthemen vorgestellt. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, Wie macht denn das IESE jetzt genau autonomes Fahren beziehungsweise die Software in den Fahrzeugen zuverlässig? Noch mal so kurz auf den Punkt. Das ist natürlich bei der Breite der Möglichkeiten schon sehr schwierig. Letztendlich ist es so von der Grundidee her natürlich, Software ist basierend auf Mathematik und Logik. Das, wo wir im Kern dran arbeiten, ist im Prinzip diese Komplexität oder diese Logik in solche Modelle zu gießen und in Verfahren zu gießen. Das heißt, wir arbeiten daran, die realen Anforderungen aus dem Bereich Automotive und Mobility im Hinblick auf diese Modellierung und die Prozesse damit zuverlässig zu machen. Also das ist eigentlich so der Kern. Und der findet sich dann eigentlich auch in allen diesen Fokusthemen und in den Anwendungen und unterschiedlichsten Kundenprojekten eigentlich immer wieder. Ja, jetzt hast du es schon angesprochen. Was sind denn so Beispielprojekte mit Kunden, die ihr umgesetzt habt und wie genau habt ihr die Unternehmen unterstützt? Das Schöne natürlich in der Forschung ist, dass wir hier immer mit ganz tollen, innovativen Projekten und Partnern auch in dieser Hinsicht arbeiten dürfen und dass wir leider gar nicht so viel sagen dürfen über diese Projekte, weil die meistens natürlich auch gerade das, was die Unternehmen in zwei, drei Jahren ganz neu auf den Markt bringen wollen, involvieren. Aber ein paar Projekte, über die dürfen wir natürlich auch sprechen. Ein Beispiel ist ein Projekt, was wir mit Hitachi gemacht haben. Hitachi ist ein Zulieferer auch in der Automobilindustrie, der beispielsweise auch für Toyota, das ist ein japanisches Unternehmen, arbeitet. Und mit denen gemeinsam haben wir dieses multi-aspektuelle Safety Engineering pilotiert und umgesetzt. Das heißt, dass wir verschiedene Aspekte, die für die Entwicklung eines autonomen Fahrzeugs wichtig sind, das umfasst eben neben den funktionalen Aspekten, also wie weicht ein Fahrzeug aus, wie erkennt es einen Hindernis, auch noch diesen Aspekt, wie bewerte ich diese Situation im Hinblick auf die Sicherheit und welche Maßnahmen muss ich treffen, wenn jetzt in dieser einen oder anderen Situation etwas passiert, wie der Ausfall eines Sensors oder wie ein unmittelbares Ereignis. Und dieses integrativ zu modellieren und zu beherrschen, dafür haben wir Werkzeuge entwickelt, dafür haben wir Methoden entwickelt, die wir gemeinsam mit Hitachi zur konkreten Entwicklung solcher Systeme eingesetzt haben und mithilfe dieser Verfahren das Ganze eben auch schneller machen konnten und für den Kunden zu einer sehr zufriedenstellenden Bewertung kam dieser Situation, sodass man überhaupt erst solche Systeme eigentlich entwickeln konnte und konzipieren konnte. Wie läuft denn eigentlich so ein Projekt ab? Also kommen die Kunden auf euch zu und wie lange dauert das dann, bis sowas umgesetzt ist? Kannst du einfach noch so ein bisschen von der Projektumsetzung berichten? Ja, oft kommen die Firmen mit einer ganz konkreten Herausforderung auf uns zu, eine Herausforderung, die man vielleicht auch so am Markt jetzt noch nicht gelöst bekommt. Und mit unserem Team setzen wir uns dann zunächst mal hin, ein Lösungskonzept zu erarbeiten, wie wir so ein Projekt angehen würden. Und dann machen wir ganz normal wie andere Wirtschaftsunternehmen auch ein Angebot, das der Kunde dann annehmen kann oder nicht und bearbeiten dann dieses Projekt von sehr kurzlaufenden Projekte, jetzt Workshops oder auch Schulungen bis hin zu mittelfristig und auch sehr langlaufenden Projekte, die ein Unternehmen oder ein Projekt des Kunden auch über mehrere Monate oder so auch Jahre begleiten. Okay, das heißt, jedes Unternehmen kann einfach aktiv auf euch zukommen und dann findet man gemeinsam eine individuelle Lösung. Ja, gerne. Dafür bin ich auch da und gerne bereit, mit den Leuten dann zu sprechen. Perfekt. Dann schon mal vielen Dank dafür. Jetzt kommt noch unsere persönliche Abschlussfrage. Wahrscheinlich kennst du sie schon. Was war denn der erste Rechner, den du hattest und welches Betriebssystem lief darauf? Das war ein Commodore C64 und ich glaube, damals sprach man noch gar nicht so sehr von Betriebssystemen. Da lief im Prinzip immer nur ein einziges Programm und das war, wenn man ihn einschalte, der Basic-Interpreter und der hat sich gemeldet mit Commodore Basic V2. Ah ja, okay. Ich glaube, davon haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Das war wohl damals der Trend. Ja, das war sehr verbreitet, auch unter meinen Freunden ein ganz bekanntes und oftmals eingesetztes Gerät. Danke, Ralf, für die Einführung in die Automotive-Branche am Fraunhofer-Jese. Jetzt zu Ihnen, Herr Munk. Können Sie sich kurz vorstellen, welche Rolle Sie bei Bosch haben und einfach, dass wir Sie besser kennenlernen? Ja, sehr gern. Ja, mein Name ist Peter Munk. Ich habe vor ungefähr acht Jahren bei Bosch in der Forschung angefangen und beschäftigte mich da erst in einer Industrieproportion mit sehr hardware-nahen Themen in Richtung funktionale Sicherheit, gerade bei Mehrkernprozessoren und bin dann Schritt für Schritt immer mehr in das Thema modellbasierte funktionale Sicherheit reingerutscht, sozusagen, habe ich mich damit beschäftigt, war in Forschungsprojekten zu dem Thema unterwegs und hatte in diesem Abschnitt oder in den Projekten bereits auch erste Kontakte mit den Kollegen von Fraunhofer-Jese und seit Beginn letzten Jahres leite ich eine Forschungsaktivität bei uns in der Zentralen Forschung und Vorausentwicklung bei Bosch mit dem Namen SafeOps. Da geht es eben genau um das Zusammenspiel von funktionaler Sicherheit, Safety und DevOps, also einer modernen und iterativen Entwicklung. Ja, jetzt haben Sie schon die gemeinsamen Projekte erwähnt. Vielleicht können Sie noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was Sie genau mit dem Fraunhofer-Jese machen. Genau. Also gerne. Letztes Jahr hatten wir eine Beauftragung des Fraunhofer-Jese am Laufen, insbesondere mit der Abteilung von Daniel Schneider und die Fragestellung, die wir da angegangen sind oder die, mit der wir an das Fraunhofer-Jese herangetreten sind, war die Frage, wie wir die Dependable Failure Analysis, die DFA, das ist eine von der ISO 26262, also dem Funktionalen Sicherheitsstandard in der Automobilindustrie, vorgegebene Analyse, wie wir diese Analyse mit modellbasierten Konzepten ein Stück weit vereinfachen oder automatisieren können. Und da haben wir natürlich auch zuerst ans Fraunhofer-Jese gedacht, aufgrund der Projekte, in denen wir in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet haben, denn wir wissen, dass die Kollegen auf dem Bereich modellbasierte Sicherheit schon viel gearbeitet haben. Da gibt es unter anderem auch sowas wie die Komponenten-Fehlerbäume oder Komponenten-integrierte Fehlerbäume. Und letztlich hatten wir aufgrund dieser positiven Erfahrungen in der Vergangenheit dann auch die Entscheidung getroffen, mit dieser neuen Fragestellung wieder auf die Kollegen zuzugehen und haben da auch ein sehr interessantes Konzept dann im Sommer letzten Jahres entwickelt. Das Konzept haben wir jetzt auch auf der Safetronic letztes Jahr vorgestellt und mit dem Fachpublikum diskutiert und es ist auf großes Interesse gestoßen. Das freut uns natürlich zu hören. Jetzt nochmal ein bisschen allgemeiner. Also was sind denn die Herausforderungen für Bosch im Bereich Automotive und Mobility? Ja, ich kann natürlich in meiner Rolle nicht für gesamt Bosch sprechen. Ich kann gern was dazu sagen, was wir in dem SafeOps-Projekt, in dem wir unterwegs sind, für Herausforderungen sehen. Und das ist eben genau das Zusammenspiel von einer modernen, iterativen Entwicklung und den funktionalen Sicherheitsnormen auf der anderen Seite. Wir müssen sehen, dass Sicherheitsnormen geschrieben sind mit der Denke. Ein System muss zu dem Zeitpunkt der Inbetriebsbringung sicher sein. Das heißt, ich muss dann laut der ISO 26262 und anderen vorherrschenden Sicherheitsnormen einen ganzen Berg an Dokumenten erstellt haben, mit denen ich eben nachweise, dass ich alles Nötige und Menschenmögliche unternommen habe, um das Produkt bestmöglich abzusichern. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite so eine DevOps-getriebene, iterative Entwicklung sehen, die auch Produkte nach der Inbetriebnahme, nach dem Start-of-Production, sagen wir nach SOP, weiter aktualisieren möchte, die weitere Features den Endkunden bereitstellen möchte, dann bedeutet das natürlich aus Sicht der funktionalen Sicherheit, dass wir immer neu diese Dokumente erzeugen müssen. Für jedes neue Feature, für alles, was eben iterativ dann auch nach Start-of-Production noch dazu kommt. Und der Aufwand, diese Dokumente zu erstellen, der Aufwand bei jeder Änderung nachzuvollziehen, in welchem Dokument müssen wir welche Änderung vornehmen, den sehen wir eben als große Herausforderung an. Und deswegen sind wir interessiert an Möglichkeiten, wie man da eben mit mehr Automatisierung, mit mehr Digitalisierung unterm Strich diese Erstellung der Dokumente vereinfachen kann und beschleunigen kann. Und das Thema DFA, ich habe es vorher angesprochen, das wir eben letztes Jahr im Sommer zusammen mit den Fraunhofer ESE angeschaut haben, ist eine von so einer Analyse, die am Ende natürlich ein entsprechendes Dokument erzeugt, dass wir uns da angeschaut haben. Okay, jetzt haben Sie quasi schon erwähnt, wie das Fraunhofer ESE Sie da unterstützt hat. Oder können Sie noch genauer sagen, welche Lösung jetzt, dass die ESE bei dieser Herausforderung geholfen hat? Sehr gerne, ja. Am Anfang waren wir natürlich darin interessiert, welches Konzept, wie man das Problem überhaupt konzeptionell angehen kann, also welches Lösungskonzept sich dafür eignen würde. Und wir hatten ein paar Workshops zusammen mit den Kollegen von Fraunhofer ESE, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, wobei ich hier gern dazu sagen möchte, dass das aufgrund der Vergangenheit und aufgrund der gemeinsamen vergangenen Projekte sehr schnell der Fall ist. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man sich schon kennt und auch auf Konferenzen und so miteinander Umgang hat. Und dann eben diese Problemstellung konzeptionell erstmal lösen. Da entstand dann auch ein entsprechendes Papier daraus. Und der nächste Schritt wäre jetzt, das auch mal prototypisch umzusetzen. Soweit sind wir jetzt aktuell noch nicht, aber das Jahr hat ja auch erst begonnen. Und dann ist natürlich die Fragestellung, wie wir mit so einer prototypischen Umsetzung mit tatsächlichen industriellen Use Cases bei uns, beziehungsweise bei unseren Geschäftsbereichen, das Konzept mal evaluieren können und weiter ausdetaillieren können, um es eben bestmöglich zur Anwendung zu bringen. Was wäre so ein Use Case, so als Beispiel? Eben eine Dependent-Fail-Analyse für ein Steuergerät oder ein betreffendes Produkt des Geschäftsbereichs. Da sind wir ganz offen. Die Forschung bei Bosch ist ja eine zentrale Forschung. Das heißt, wir bedienen alle möglichen Geschäftsbereiche. Die DFA als Analyse ist natürlich eine, die in der Automobilindustrie vorkommt. Das heißt, das ist vornehmlich eben der Mobility-Geschäftsbereich, den wir da ansprechen, intern. Jetzt nochmal so zusammengefasst, also welche Vorteile hatten Sie denn durch die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer ESE? Ja, für uns der Vorteil ist natürlich, dass wir da einen sehr guten Sparings-Partner haben, um so Konzepte und Fragestellungen voranzutreiben. Auch mal ein bisschen den Input aus anderen Industrien, die wir eben jetzt nicht abdecken, bei Bosch noch zu bekommen und mit einzubauen. Und dann dieses Konzept auch prinzipiell prototypisch umsetzen lassen können vom Fraunhofer ESE. Das ist jetzt letztes Jahr eine Beauftragung nicht passiert, aber prinzipiell natürlich möglich. Ich denke aber gerade diese Zusammenarbeit im Sinne von gemeinsamen Workshops und Sparings-Partner ist für uns ein großer Vorteil gewesen letztes Jahr. Sehr schön. Jetzt Hand aufs Herz. Können Sie das ESE weiterempfehlen? Ja, das kann ich. Das freut mich zu hören. Ja, jetzt noch unsere persönliche Abschlussfrage. Was war denn der erste Rechner, den Sie hatten und welches Betriebssystem lief darauf? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der erste Rechner war in 486 damals und da lief noch, bin ich gar nicht so alt vielleicht, da lief tatsächlich Windows 95 drauf. Ja, das ist jetzt auch mal eins von den Betriebssystemen, die ich auch schon kenne. Sehr schön. Sehr gut. Ja, dann auch danke noch für diesen persönlichen Einblick und vor allem danke, dass Sie jetzt aus der anderen Seite, also der Unternehmenssicht, berichtet haben, wie es ist mit uns, dem ESE zusammenzuarbeiten. Gerne. Vielen Dank, dass ich hier sitze. Nächsten Monat geht es im Mobility-Bereich weiter. Wir werfen noch einen Blick auf die Landwirtschaft. Also verpasst nicht unsere Folge zu Smart Farming und schaltet wieder ein. Bis dann. Morgendenker. Engineering the digital future. Morgendenker. Morgendenker. Morgendenk. Morgendenker. Untertitelung des ZDF, 2020